Erst seit kurzem steht der neue Raspberry Pi 5 in den Startlöchern und wurde auch schon übertaktet. Schon seit es Computer gibt, fragen sich immer wieder viele Enthusiasten, wie kann ich mehr aus ihnen herausholen, und zwar am besten ohne mehr Geld ausgeben zu müssen. Manche motiviert den praktischen Nutzen, den sie damit erzielen, dass zum Beispiel bestimmte Programme schneller laufen, andere dagegen möchten sich nur mit der Technik beschäftigen, um ihre Grenzen auszuloten. Irgendwo dazwischen dürfte der Versuch liegen, den neuen Raspberry Pi 5 einem Platinencomputer zu übertakten. Worum geht es dabei? Wenn wir vorhandene Hardware haben, dann können wir den Prozessor nicht austauschen, den Cache nicht erweitern, sondern haben eben nur auf den Takt Einfluss, können ihn erhöhen, um die Leistung zu steigern. Teilweise muss die Spannung dafür erhöht werden, damit der Prozessor stabil läuft. Auch wenn das hier nicht der Fall war, birgt das Ganze gewisse Risiken, denen man sich bewusst sein sollte. Mit x86 PC Hardware wird das schon seit Jahrzehnten gemacht, beim Raspberry Pi gibt es das auch schon seit einer ganzen Weile, Beim Raspberry Pi 4 wurde in 2021 sogar der Takt offiziell von 1,5 GHz auf 1,8 GHz übertaktet. Beim brandaktuellen Raspberry Pi 5 hat es Toms Hardware ausprobiert, und zwar mit dem Prozessor und Grafikprozessor. Die VideoCore GPU konnte von 0,8 GHz auf 1,1 GHz übertaktet werden. Beim Cortex A76 sogar von 2,4 auf 3,0 GHz. Dafür wurde nur der Takt in der Config.txt erhöht, ohne Veränderungen an der Spannung oder sonstige externe Anpassungen. Mit der Leistung steigt beim Übertakten auch der Energieverbrauch, in diesem Falle auf 10 Last unter Volllast. Mit dem offiziellen Kühler bewegen sich die Temperaturen unter Last zwischen 69 und 74 Grad Celsius, im Leerlauf sind es etwa 46 Grad. Ihn passiv zu kühlen sei durch die Übertaktung aber nicht mehr möglich, das geht nur mit dem Standard-Takt und auch da nur beschränkt. Trotz der deutlich höheren Taktfrequenz soll der Raspberry Pi 5 dabei weitgehend stabil laufen. Bei einem einzelnen Redakteur vor der Pi während eines Benchmarks mehrmals ein, bei einem etwa 5 Minuten langen Stresstest war das nicht der Fall. Es bleibt somit unklar, ob das Problem vielleicht an der Software liegt. Das ist schon mal interessant, aber noch interessanter finde ich, wie viel das tatsächlich an Leistung in der Praxis ausmacht. Auch das wurde bei Toms Hardware ein Stück weit getestet. Für den Grafikprozessor hatten sie zwei Szenarien. Einmal auf YouTube den beliebten Testfilm Big Bug Bunny in 1080p mit 60 Bildern pro Sekunde abzuspielen, und zwar jeweils einmal im Firefox und im Chromium Browser. Dabei wurde die Zahl der Frame Drops während einer Minute Video gemessen. Bei einem Frame Drop findet für einen kurzen Moment kein Bildwechsel statt, die Bildfrequenz bricht also ein. Das sieht dann für den Zuschauer so aus, als ob das Bild einfriert oder ruckelt. Somit möchte man möglichst wenig davon haben, um einen flüssigen Film zu sehen. Hier gibt es gleich zwei überraschende Erkenntnisse. Die Zahl der Frame Drops sind auf 1,0 und 1,1 GHz GPU-Takt, also übertaktet, deutlich gestiegen, wenn man das mit dem Standard-Takt vergleicht. Das Übertakten hat also die Leistung somit nicht nur nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert. Außerdem waren in allen drei Szenarien, also auch mit dem Standard-Takt, die Frame Drops in Chromium deutlich höher. Selbst ohne Übertaktung sind es dort mehr als dreimal so viele wie beim Firefox. An eine flüssige Wiedergabe von Videos dürfte mit Googles Browser nicht zu denken sein, wenn dort nur etwas mehr als die Hälfte aller Einzelbilder vernünftig beim Zuschauer ankommt. Im zweiten Beispielfall für die GPU wurde ein Spiel emuliert, nämlich Redream Sega Dreamcast. Obwohl die Auflösung relativ hoch war, lebt das Spiel bei 59 bzw. 60 Bildern pro Sekunde, unabhängig davon, ob man den Standard-Takt nimmt oder die GPU übertaktet. Hier liegt aus meiner Sicht die Vermutung nahe, dass entweder das Spiel oder aber der Emulator auf 60 Frames per Second, also 60 Bilder pro Sekunde, beschränken. Der von 2,4 GHz auf 3,0 GHz übertaktete Prozessor brachte beim Komprimieren mit 7-Zip eine Verbesserung von 8%, beim Auspacken der Archive sogar 20%. Natürlich sind das jetzt alles Beispielszenarien, wie viel mehr Leistung man schlussendlich erhält, das variiert immer je nach Anwendung und eben den konkreten Anwendungsfall, wie man die einsetzt. Zumindest bei den getesteten Szenarien ist das Übertakten der GPU also eher kontraproduktiv. Beim Prozessor sind in diesem Beispiel 8-20% beachtlich, vor allem wenn man bedenkt, dass hier weiterhin der offizielle Kühler verwendet wurde und keine Extra-Kühlung notwendig war. Das Übertakten kann also durchaus eine interessante Möglichkeit sein, um aus dem Raspberry Pi 5 nochmal etwas mehr Leistung herauszuholen, ohne dabei Geld investieren zu müssen. Erscheint dir der Raspberry Pi 5 schnell genug oder wirst du ihn auch übertakten? Schreib's gerne auf youlabs.de zu uns, ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.